Heute schauen wir uns die besten 4K Gaming-Monitore für dich an. Dabei habe ich nur Gaming-Monitore ausgewählt, welche mindestens 120 Hz haben, damit sie die Spiele flüssig und auch schnell laufen lassen, damit es auch ein guter Gaming-Monitor ist. Und sie haben eine kurze Reaktionszeit, haben eine gute HDR, damit du auch die Filme und auch die Games wirklich schön sehen kannst. Also lass uns auch direkt mit dem ersten loslegen. Los geht es mit dem CG437KP Gaming-Monitor. Dieser kommt mit 42,5 Zoll daher. Und zwar stellst du dir das ein bisschen groß vor vielleicht. Allerdings ist es so, wenn du einen Gaming-Monitor haben willst, wer er 4K hat und auch noch viel Herz, dann hast du einfach eine bestimmte Größe, die vorgegeben ist. Der gehört nämlich noch zu einem kleineren R. Solltest du jetzt etwas Kleineres suchen, dann ist es vielleicht besser für dich ein 1440p Gaming-Monitor zu holen. Allerdings, dieser hier ist eben 4K und dementsprechend ein bisschen groß. Hat allerdings auch coole Features, wie zum Beispiel 120 Hertz über DisplayPort. Das heißt, in diesem Fall musst du DisplayPort benutzen, um die volle Kapazität dieses Monitors auszunutzen. Dabei kannst du 120 Hertz und wenn du es overclockst, was sogar angeben wird, dass es gut möglich ist, kommst du auf 144 Hertz. Das heißt, die Geschwindigkeit hier ist wirklich voll dabei. Des Weiteren solltest du über HDMI gehen. Was ich dir nicht empfehlen würde, dann ist dieser Monitor nicht gut für dich, denn du kannst du höchstens 16 Hertz über HDMI gehen. Also, du brauchst eine Grafikkarte, die DisplayPort 1.4 unterstützt. Eigentlich mit HDMI 2.1 könntest du es auch schon erreichen, diese Geschwindigkeit. Allerdings, dieser unterstützt nur HDMI 2.0. Des Weiteren hat er HDR 1000. Dadurch kriegst du coole Kontraste und einfach ein gutes Gaming-Erlebnis. Des Weiteren lohnt sich das auch bei manchen Films, da dort alles besser dargestellt wird. Das macht nicht wirklich was für deine Performance. Allerdings, wenn du 4K hast, geht es dir ja auch viel um das Aussehen von den Bildern. Und dafür ist einfach dieses HDR 1000 sehr gut. Dann hat es noch G-Sync. Das sorgt dafür, dass es ruckelfrei ist und keine komischen Artefakte gibt. Und es hat eine eine Millisekunde Reaktionszeit. Das ist gerade praktisch, wenn du einfach einen Shooter oder so spielst, dann ist die Reaktionszeit in dem Sinne wichtig, dass alles schnell gehen soll und es auch sofort erkannt werden soll, wenn du etwas machst. Sonst ist die Reaktionszeit eher unwichtiger, wenn du nicht gerade sehr viele Spiele spielst, die competitive sind, also wo es schnell gehen muss, wie bei Shooters. Dann ist es noch ein weiteres cooles Feature und zwar hat es eine Tastatur zum Steuern des Bildschirms. Das heißt, mit der kannst du einstellen, willst du HDR benutzen, gehst du über HDMI, über Displayport und einfach ein paar kleine Features, die du mit dieser Tastatur machen kannst. Des Weiteren war das auch der Monitor 4K, welcher am billigsten ist und eigentlich die meisten Funktionen gibt. Und er ist nicht wirklich billig, denn die Technologie 4K mit 120 Hertz ist noch nicht sehr lange da. Deswegen muss man hier ein bisschen mehr bezahlen als normal. Allerdings kommt er für 1200 Euro daher, was wirklich noch ein guter Preis in diesem Preisbereich ist. Ich habe nicht wirklich was Besseres gefunden für einen 4K Game Monitor, denn er muss ja auch was können. Und ja, deswegen, der Preis hier ist wirklich fair. Später schauen wir uns sogar noch ein bisschen teurere an, die sogar noch ein bisschen mehr können. Dann, es hat noch ein paar unterschiedliche Sensoren, was auch cool ist hier, sie benutzen den Preis und machen wie zum Beispiel ein Annäherungssensor und Lichtsensor. Heißt, wenn du nah dran kommst, geht er automatisch aus dem Energiesparmodus raus und der Lichtsensor passt sich an deine Verhältnisse an, sodass er nicht zu hell ist und nicht zu dunkel, immer gerade wie es so passt. Von dem her würde ich sagen, das ist schon mal ein guter Gaming Monitor, wenn du nicht zu viel ausgehen willst und trotzdem die ganzen Vorteile haben willst. Als nächstes schauen wir uns hier den Philips 558M1RY an. Ich habe dir die Produkte auch noch in die Videobeschreibung unten verlinkt. Dann musst du nicht diesen komischen Namen eingeben, sondern kannst einfach draufklicken und dir das Produkt anschauen. Und zwar, hier schauen wir uns einen 55 Zoll Gaming Monitor an. Das ist jetzt schon wirklich ein sehr großer Gaming Monitor und da muss ich gut überlegen, ob man einen will. Er kann allerdings viele Vorteile besitzen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, du spielst gerne Spiele mit einem Joystick, wo du einfach kontrollieren kannst und dich hinsetzen kannst. Das heißt, du kannst ein bisschen weit weg sein, dann kann es ein angenehmes Erlebnis sein, denn du bist dann ein bisschen von dem Monitor weg und kannst trotzdem noch gut hinsehen. Dafür würde ich dir allerdings empfehlen, wenn du sowas machst, mindestens zwei, drei Meter weg sein. Das heißt, wenn du allerdings einfach nur einen Tisch wie Disney hast und der Monitor direkt vor dir steht, würde ich es dir nicht empfehlen. Sitzt du dich allerdings mit dem Stuhl ein bisschen weg und hast einen Controller in der Hand oder hast so eine Art Joystick, wo du einfach die Taschentur benutzen kannst, ist das eine gute Variante. Vor allem, was auch cool ist, du kannst weiter hinten noch einen Tisch hin machen und dann von oben oder einfach es gestalten, wie du willst. Wie gesagt, das ist allerdings eine Sache, die man selber überlegen muss. Die Kapazität von diesem Monitor ist auf jeden Fall recht cool. Du kriegst ein 4K 120 Hertz Bildschirm, auch wieder hier, nur über DisplayPort. Das ist bei diesen ganzen drei Monitoren alles über DisplayPort, denn DisplayPort hat einfach mehr Kapazitäten und HDMI 2.1 ist noch nicht so lange raus. Das ist die neuen Monitore, das unterstützen. Das heißt, deine Grafikkarte sollte DisplayPort 1.4 unterstützen, damit du das auch wirklich nutzen kannst. Machen die meisten Grafikkarten, vor allem die neuen machen das alle. Das musst du allerdings trotzdem einfach wissen, denn hier gibt es allerdings einen kleinen coolen Feature. Wenn du jetzt doch nur HDMI hast, dann hat dieser Monitor einen cooler Vorteil, denn du kannst dich einmal entscheiden zwischen 4K 60 Hertz Modus oder 1440p mal 120 Hertz Modus. Das heißt, wenn du jetzt mal nicht immer DisplayPort hast und plötzlich jemand ein HDMI bringt, kannst du die Auflösung ein bisschen runter machen und dafür immer noch die volle Hertz haben, damit du Shooter spielen kannst. Oder falls du es mal einen Film anschauen willst, dann kannst du auf die 4K 60 Hertz umsteigen und hast dann nicht die schnellste Bildwiederholungsrate, was du beim Film auch nicht brauchst, aber dafür ein schönes Aussehen. Von dem her hast du hier viele Möglichkeiten, die du benutzen kannst. Des Weiteren bringt dir dieser Monitor auch die besten Lautsprecher, die es bisher gab. Und zwar kriegst du 40 Quad-Lautsprecher, welche recht schön integriert unter dem Fernseher sind, die nehmen nicht extra viel Platz weg, was ein Vorteil ist, wenn du keine Separaten hast. Natürlich, es sind nicht die besten Lautsprecher, allerdings sind sie besser als die 20-Euro-Lautsprecher, die du auf Amazon findest und sie machen ihren Job. Das heißt, du wirst nicht wirklich so einen Surround-Sound haben, wo du alles von hier, hier oder hier eine schöne Beschallung kriegst. Trotz all dem, sie sind wirklich gut, wenn du zum Beispiel Casual-Games machst und es nicht so wichtig ist, dass die Musik durchkommt. Und es ist vor allem eine gute Komma, wenn du da noch ein Kopfhörer dazu hast, wenn du wirklich dich reinsetzen willst, nimmst du Kopfhörer. Wenn du es eher ein bisschen Light-Gaming machen willst, nimmst du die Kopfhörer weg und benutzt diese Lautsprecher, welche auch nicht im Weg sind. Dann, der Preis ist bei 1300 Euro. Auch das würde ich noch sagen, ist ein angemessener Preis für die ganzen Funktionen, die du hier kriegst. Was auch dabei ist, ist die FreeSync-Unterstützung. Die ist von AMD und sorgt dafür, dass es eben kein Stottern und Ruckeln gibt. Es hat noch ein paar weitere coole Features, wie zum Beispiel den Low-Blue-Modus. Der Low-Blue-Modus ist gut, wenn die Augen nicht so angestrengt werden sollen. Das heißt, ein Low-Blue-Modus heißt einfach, deine Augen müssen sich weniger anstrengen. Und vor allem, wenn du schlafen gehen willst, ist so ein Low-Blue-Modus cool, da ein blauer Modus sonst dafür sorgen wird, dass deine Augen immer denken, sie müssen wach bleiben. Das heißt, es kann dir dabei helfen, einzuschlafen. Und es gibt noch einen flickerfreien Modus, das nicht so komisch hin- und herflackert. Eigentlich haben das die meisten Monitore, muss man nicht extra erwähnen, aber es ist ein cooles Feature und kann manchmal helfen. Eine Weserhalterung ist auch dabei. Das heißt, falls du es an die Wand machen willst und dann den Tisch zum Beispiel ein bisschen weiter weg machst, gibt es die Möglichkeit hier. Und es hat noch viermal USB 3.2, falls du das benutzen willst. Was ich persönlich sehr praktisch finde, da du da mal schnell ein USB-Sick dranhängen kannst oder einfach alles, was du halt Lust hast, dort dranhängen kannst. Es unterstützt HD-R10. Das heißt, du kannst deine Bildschirme, deine Sachen in guter Qualität und mit gutem Kontrast anschauen. Und zum Schluss, was nicht ganz so super ist, hat eine 4 Millisekunden-Reaktionszahl. Ich würde allerdings sagen, ist immer noch recht gut. Und für, solltest du nicht wirklich professionell das machen, würde ich sagen, wirst du hier nichts Schlechtes bemerken. Von dem würde ich sagen, der Philips-Monitor ist ein guter 4K-Gaming-Monitor für dich. Zum Schluss schauen wir uns in Asus Rockswift PG43UK. Zur Erinnerung, die Produkte sind unten in der Beschreibung verlinkt, falls du dir dort anschauen willst. Allerdings, dieser Monitor, dieser 4K-Monitor ist der beste Monitor, den du so ziemlich kaufen kannst, wenn du 4K haben willst und noch 144 herst. Das heißt, hier wird wirklich auf gar nichts verzichtet, denn du kriegst hier eine Nativ-Unterstützung, nicht wie beim ersten Monitor, wo er überclockt werden muss, sondern dieser Monitor unterstützt nativ 144 Hertz mit 4K. Zweitern hat eine Größe von 43 Zoll, befindet sich also eher im kleineren Bereich bei diesen Produkten und ist generell cool, denn er hat ein paar Features, auf die wir jetzt eingehen werden. Allerdings als erstes wieder, du brauchst DisplayPort, um diese 4K und 144 Hertz voll auszumusen. Das heißt, schau, ob du DisplayPort 1.4 hast und du bist gut für diesen Monitor. Hast du das nicht? Brauchst du vielleicht eine neue Grafikkarte? Weil sonst kannst du es einfach nicht ausnutzen, diesen Monitor, und dann würdest du ein bisschen Geld verschwenden, was sehr schade wäre. Als erstes ein cooles Feature, was man nicht so immer dran denkt, und zwar ein Anti-Clare-Screen für deine Privatsphäre. Das heißt, wenn du von rechts oder auch von links drauf schaust, kannst du nicht sehen, was drauf ist, nur wenn du gerade drauf schaust. Kann man an- und ausmachen, kann jetzt auch Vorteile und Nachteile haben, weil man vielleicht manchmal nicht gerade drauf schaut. Allerdings für Privatsphäre-bewusste Menschen oder gerade wenn du mit jemand anderem spielst und der jetzt seinen Bildschirm neben dran hat und du nicht willst, dass er auf deinen Bildschirm schaut, ist das ein cooles Feature. Des Weiteren hat es auch eine 1 Millisekunden-Reaktionszeit. Hier sind wir wieder ganz schnell unterwegs und das ist eigentlich das Beste, was du hier kriegen kannst. Des Weiteren unterstützt HDR1000, das heißt, du kannst die HDR-Spiele komplett spielen mit einer coolen Kontrastebene und er besitzt auch 90% diese IP3-Farbraum, das heißt, die Farben werden recht gut dargestellt mit einem Delta kleiner als 2, heißt, du könntest sogar Videos damit bearbeiten, was diesen Monitor recht versatil, also recht umfangreich macht. Du kannst damit Spiele spielen, Videos bearbeiten, eigentlich alles, was du Lust hast und der einzigste Nachteil ist, dass man nicht kleiner kaufen kann, das heißt, wenn du Platz für sowas hast und auch Geld hast, denn er kostet 2400 Euro, ist ein großer Brock, muss man sich überlegen, allerdings er ist halt auch cool. Hat man das Geld, ja, solltest du das Geld nicht unbedingt haben, dann ist vielleicht der erste Monitor um einiges besser, denn so viel mehr kriegst du hier auch nicht. Es ist ein besseres Erlebnis, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wenn du das Geld nicht hast, dass du 1200 Euro unbedingt mehr ausgeben solltest. Dann, es hat noch mehr, und zwar ist es eine Cheesing-Unterstützung, das heißt, es wird keinen Stottern und so geben, keine komischen Artefakte und es hat auch noch ein ASUS-Logo. Das ist ein kleines Feature und zwar wird das ASUS-Logo von einem Projektor nach unten projiziert. Sieht cool aus, gerade wenn du dir eine Gaming-Höhle oder so bauen willst, wo man einfach sehen sollte, es ist dein Gaming-Zimmer für dich, ist so ein Projektor eine coole Extrasache. Allerdings, ich hätte es lieber gehabt, wenn man 100 Euro gespart hätte und Zweck wäre. Trotzdem, es ist ein Premium-Produkt und es hat auch die Premium-Sachen, die man hier erwartet. Zum Schluss, es hat noch 2x10 Watt Stereo-Lautsprecher, sind nicht wirklich gut. Ich würde dir empfehlen, extra Lautsprecher zu holen. Solltest allerdings einfach schnell mal, sagen wir mal, normalerweise benutzt du immer Kopfhörer, allerdings es gibt Momente, wo du einfach mal schnell was anhören willst, dann sind diese 10 Watt Lautsprecher nicht schlecht. Kannst du sie mal benutzen. Sie werden dir jetzt nicht das super Erlebnis geben, allerdings sind sie durchaus nutzbar und ja, deswegen finde ich es doch ganz cool, dass sie dran sind. Sie sind hinten positioniert, das heißt, sie werden von der Wand abgeprallt. Aber wie gesagt, es ist einfach ein kleines Feature, welches man im Notfall benutzen sollte, aber sich nicht darauf sein Gaming-Erlebnis machen soll. Und das letzte Feature zu diesem Monitor, es hat eine extra Fernbedienung, mit der du manche Sachen schnell verändern kannst, wenn du zum Beispiel zwischen HDMI und DisplayPort switchen willst oder einfach die Funktion von diesem Monitor schnell mal ausnutzen willst, dann nimmst du diese Fernbedienung. In diesem Sinne hoffe ich, du findest deinen 4K Gaming-Monitor. Ich habe dir jetzt 3 Möglichkeiten vorgestellt, welche ich denke am sinnvollsten sind, denn ich würde dir nicht empfehlen, 4K Gaming-Monitor zu holen, welcher weniger als 120 Hertz hat. Dann solltest du vielleicht doch nach 1440p Gaming-Monitore schauen, welche dann die Herzfunktion haben und auch kleiner sein können. Solltest du allerdings genau das hier suchen, dann habe ich dir 3 Modelle schöne vorgestellt.